Ja, hi Chris. Hi Natter. Schön dich zu sehen, schön wieder reden zu können und die Präsidentschaftswahl steht vor der Tür. Ja. Oder? Das ist so ein bisschen das heiße Thema gerade. Total, Nachrichten geht das hoch und runter. Ich habe gedacht, es wäre doch super mal interessant, darüber zu sprechen, was das bedeutet für uns hier als Deutsche, vielleicht auch als deutsche Christen, wenn Trump Präsident wird. Man fragt sich ja immer, ja, was hat das für Auswirkungen für uns? Es ist relevant, man spricht auf der Arbeit, spricht man drüber mit einem bekannten Kreis und so weiter. Es ist einer der wichtigsten und sicherlich noch der mächtigste Mann der Welt und es hat auch Konsequenzen. Es hat Konsequenzen natürlich für uns und deswegen ist es interessant, denke ich mal, darüber zu sprechen. Was denkst du? Ja, super relevantes Thema. Deswegen würde ich dich bitten, schieß doch mal direkt los. Wie läuft das alles jetzt mit dieser Wahl? Vielleicht kennt sich jetzt nicht jeder mit den ganzen Gegebenheiten aus, dass man da so ein bisschen reinzürfen kann. Okay, das ist gut. Ja, dann lass uns damit vielleicht kurz erst anfangen. Und zwar die US-Präsidentschaftswahl. Man glaubt es kaum, aber es ist immer noch die mächtigste Person auf der Welt. Wenn du dir aber die Macht anguckst, was die so an Heer haben, was die so an Militär haben, dann sind die wirklich noch sehr weit überlegen, auch vor China und auch vor Russland. Deswegen ist es wichtig. Die findet am 5. November statt und die beiden Hauptkandidaten sind Donald Trump und Kamala Harris. Die Wahl wird, ist ja ein bisschen anders wie bei uns. Da gibt es so ein Electoral College. Das heißt, das sind, jeder Bundesstaat sendet seine Wahlleute aus. Da gibt es 538 und diese Leute wählen dann letztendlich den US-Präsidenten. Und dann gibt es bestimmte, das nennt man Swing States. Das sind bestimmte Staaten, die spielen die entscheidende Rolle, wie die Wahl ausgeht. Die anderen stehen dann ziemlich stark fest. Aber bei denen ist es sehr wichtig, wohin die sich wenden. Und da machen die einen besonders Wahlkampf und so weiter. Grundsätzlich muss man dazu sagen, USA sehr stark polarisiert. Momentan vielleicht so polarisiert wie seit langem nicht mehr. Und das liegt daran, weil die Leute merken, okay, wir sind hier gerade an so einer weichen Stellung. Also manchmal hast du irgendwie US-Wahlen. Es ist jetzt nicht ganz so wichtig, wer da die nächsten vier Jahre regiert. Jetzt wird es sehr, sehr wichtig werden. Es steht die Zukunft der USA. So glauben das die meisten Amerikaner. Steht auf jeden Fall für die auf dem Spiel. Und deswegen sind viele besorgt. Besonders was den Wahlprozess angeht. Die Integrität. Wird wirklich jeder Zettel gezählt. Werden da nicht wieder. Wird da gefuscht und so weiter. Manche haben die Theorie, dass da gefuscht worden ist in der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite haben auch andere Angst. Und das ist auch immer wieder in den Interviews ja rübergekommen mit dem Trump. Dass im Endeffekt, dass der so ein Diktator wird. Ja, dass sind diese Checks and Balances, die man ja in der Demokratie drin hat. Das heißt, dass die Gerechtsgebende und die Rechtsgebende und die Rechtsausführende und so weiter, dass die getrennt sind. Das heißt, nicht einer macht das Gesetz und der andere führt es dann aus, sondern man versucht es irgendwie aufzuteilen. Das war so ein bisschen wie bei, wenn man das erklären soll, das ist so wie, wenn du früher einen Kuchen geteilt hast. Der eine hat den Kuchen geteilt und der andere hat den Kuchen dann das erste Stück ausgesucht. Also du teilst irgendwie den Entscheidungsprozess so auf, dass du da, das ist jetzt mal runtergebrochen für einen Viertklässler. Du versuchst irgendwie den Entscheidungsprozess, also wer sagt, was recht ist und wer führt das dann aus. Und wer interpretiert das auch, das versuchst du halt irgendwie aufzuteilen. Und das versucht halt der, so glauben das viele, der Trump außer Kraft zu setzen. Ja, du, da muss ich eine ganz Mini-Anekdote, Entschuldigung, wenn ich das jetzt wirklich noch weiter unterbreche. Aber unter dem Kuchen, ich würde, dieser Trumpismus, der ist auch sozusagen in unserer Familie auch schon angekommen. Wir hatten nämlich mal die zwei kleinsten Mädchen, die haben sich was geteilt. Und da hatte dann, unsere eine Tochter hat gesagt, gut, ich gieße aus. Und sie hat gesagt, gut, du giehst aus und dann darf die andere aussuchen. Und dann hat sie gesagt, gut, hat sie dann die zwei Gläser vollgegossen und kurz nach dem Eingegen gesagt, ich nehme das. Dann konnte die andere das letzte übrigbleibende aussuchen. Vielleicht ist das auch so eine Art, wo man denkt, ja, man macht offiziell, man macht offiziell Demokratie. Aber in der Realität sieht es dann halt nicht mehr so aus. Ich glaube, das ist was, was eine Angst ist, die ja auch übrigens nicht nur in Amerika so ist, sondern das ist ja ein Trend in vielen Ländern jetzt auch. Und das ist ja für uns in Deutschland relevant, weil dieser, ja. Weil wir natürlich jetzt so einen internationalen Wettbewerb haben. Und wir haben halt China und Russland gegenüberstehen, wo das ja anders, sehr, sehr anders läuft. Und die haben natürlich dadurch viel mehr Durchschlagskraft. Ja, dadurch, dass du, wenn du, das ist natürlich viel effizienter. Demokratie ist nicht so effizient, aber ist meines Erachtens auf jeden Fall gerechter. Ja, man kann sich jetzt überlegen, okay, wie wird das werden mit Trump? Aber das Gute ist ja, es gab ja schon mal vier Jahre Trump. Ja. Und von daher finde ich das mega spannend, wenn wir einfach mal kurz reinschauen. Was hat er denn gemacht in seiner ersten Amtszeit? Weil uns das vielleicht schon mal ein bisschen zeigen wird, in welche Richtung das gehen wird. Total. Was denkst du? Ja, da können wir einfach mal durchgehen. Die verschiedenen Gebiete, zum Beispiel Einwanderung. Das ist ja auch was, was derzeit heftig diskutiert wird. Damals hat ja der Trump schon den Versuch gestartet, letztlich, dass man Einreisen aus den vor allem mehrheitlich muslimischen Ländern, dass man das verbietet, Einreiseverbot. Ja, das kommt auch jetzt immer wieder durch. Es wurde ja damals von den Bundesgerichten auch dann blockiert und nur so eine abgeschwächte Version letztlich bestätigt. Also das haben wir schon mal gehabt. Und dann auch Mexiko, Mauer, Riesenthema gewesen. Er hat versprochen, ich werde eine Mauer bauen. Genau, ein bisschen Kontrastzug. Zur Kennedy, die abreißen wollte. Aber jedenfalls der Kongress damals gesagt, nee, mein Lieber, das ist uns zu teuer. Und dann hat er ja versucht, dass man halt aus anderen Bereichen, Verteidigungshaushalt zum Beispiel, Gelder umleiten kann. Aber so richtig geklappt hat das auch nicht. Aber das hat er immer versprochen und das will er auch diesmal bestimmt wieder machen. Und da sehen wir auch so ein bisschen, dass er natürlich auch versucht, sehr pragmatisch vorzugehen. Er ist ein Geschäftsmann, aber Politik ist ein bisschen was anderes. Und Demokratie ist ein bisschen was anderes als irgendwie so ein Immobilienunternehmen. Das ist nicht demokratisch. Da gibt es einen Boss. Und ich glaube, das fällt nicht immer ganz so leicht, denke ich, zu verstehen, dass das eine mehrheitliche Entscheidung ist. Und nicht die Entscheidung eines Einzelnen. Und dass man nicht nur einfach pragmatisch Sachen einfach umleiten kann und so weiter. Zum Glück gibt es da, wie gesagt, neue Instanzen, die das aufhalten können. Er hat die Gesundheitspolitik und so weiter, hat er auch eine sehr, natürlich klar, eine sehr rechte Vision da drauf, die wir teilweise nicht so gut nachvollziehen können. Aber in Amerika wollen die einen kleinen Staat. Die wollen also nicht, dass der Staat viel mithilft. Und das ist zum Beispiel, drückt sich das auch aus, was die Gesundheitspolitik angeht. Also die hatten da Obamacare, so hieß das. Das war der Affordable Care Act. Der sagt im Endeffekt nichts anderes, als wenn du krank wirst, dass dir dann der Staat hilft. Und das haben wir in Deutschland total. Selbstverständlich. Das ist für uns selbstverständlich. Für die ist das ein Unding. Und der Trump hat versucht, das abzuschaffen. Auch da hat er es nicht ganz durchgebracht. Und das Kernprogramm ist eigentlich geblieben. Aber da wird er sicherlich, naja, da kommen wir doch drauf. Ja, Umwelt- und Klimapolitik, auch ein großer Bereich. Finde ich übrigens interessant, warum das in der Art immer als links oder rechts so zugeordnet wird. Aber ist ja in der Realität so, dass gerade mehr linke Kräfte vielleicht sehr stark drauf gehen, eine Klimapolitik zu machen, wo man Abkommen gemacht hat, wie das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel. Und Trump eher und Leute auch aus seiner politischen Richtung eher dahingehend zu sagen, nee, da müssen wir austreten. Und ja, das hat man dann gesehen, Biden ist dem wieder umgehend beigetreten. Also da hat man schon sehr, ist auch so eine Art Swing-State-Politik, dass man da mal drin, mal draußen, aber das ist ganz klar bei ihm auch, nee, da möchte ich in eine andere Richtung fahren. Ja, gut, ein ganz heikles Thema ist dann noch Justiz, würde ich sagen, und Rechtsstaatlichkeit, wo man halt sagt, dass Trump versucht hat, Einflussnahme zu nehmen auf Ermittlungen. Gerade bei den Russland-Ermittlungen, das Justizministerium ist dann gegen vorgegangen und hat dann diese Sonderermittlungssache mit Robert Miller, das war natürlich auch alles so schwammig, wo man überhaupt nicht mehr durchgeblickt hat, was jetzt genau was war. Auf jeden Fall sieht man da, dass Trump auch ziemlich geklashed hat. Ja, mit der Justiz. Genau, und dann vielleicht ein letzter Punkt noch, erste Amtszeit, so die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, da hat man schon damals auch diesen isolationistischen Trend eigentlich so gespürt, was er gesagt hat, hey, wir müssen nicht überall auf der Welt unsere Munition verballern, wir ziehen unsere Leute zurück, zum Beispiel aus Ländern wie Afghanistan oder Deutschland. Und das wollte der ja in seiner Art immer so, zack, ich habe es heute gesagt, morgen kommt der Flieger. Und das wurde natürlich öfter auch eingeschränkt, ja auch da vom Kongress, dass das nicht so ging, wie er das wollte. Aber grundsätzlich absolut seine Agenda. Ja, das Interessante ist, dass er am Anfang von seiner, also in seiner ersten Amtszeit, dass er eigentlich gar nicht so ein krasses Programm hatte. Also wenn man sich einfach mal so den Wahlkampf angeschaut hat, dann hat er eigentlich immer nichts gesagt. Ja, das war immer also große Sprüche, was letztendlich da rauskommen soll. Also der hat, man würde das im Verkauf, würde man sagen, der hat sehr viel über die Benefits gesprochen und wenig über die Features, was jetzt genau jetzt kommen wird, sondern immer nur, was dann für die Leute bei rausspringt. Und das ist natürlich sehr schlau. Das hat natürlich dazu geführt, dass er auch relativ offen war, was er da machen wollte. Und ja, jetzt hat er diese Amtszeit hinter sich. Jetzt kommt die zweite Amtszeit. Und wenn man jetzt so, will ich mal sagen, unseren amerikanischen Freunden glauben kann, dann sind die teilweise besorgt. Oder manche sind auch ganz enthusiastisch, weil Trump jetzt doch viel mehr eine klare Kante zeigt. Und dass man viel mehr weiß, was da kommen wird. Was wäre das jetzt so bei der Einwanderung? Da hast du eben schon kurz was gesagt. Wie ändert sich da irgendwas oder wie läuft das? Na, ich kann mir schon vorstellen, dass der sich ärgert, dass das Projekt, was er so begonnen hat, dass das nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen muss natürlich diese Mauer auf jeden Fall fertig gebaut werden. Ja, dann auch, was man jetzt, also zu Mexiko, was man jetzt hier oft hört, dass Leute umgehend aus dem Land, möglichst auch vielleicht mit Militärhilfe, wieder rausgeworfen werden sollen. Also Menschen ohne gültige Papiere, illegale Einwanderer. Ist ja was, was auch den Leuten dort Sorge macht, wenn es einem wirtschaftlich schlechter geht. Und dann kommen viele einfach dazu, die vielleicht auch noch schwarzarbeiten oder irgendwie auch noch mit an irgendwelchen Tröpfen hängen. Das will man natürlich nicht. Und deswegen bedient er sehr stark dieses Narrativ. Alle, die hier nichts zu suchen haben, werden umgehend rausgeschmissen. Und damit natürlich auch strengere Regeln, wer überhaupt reinkommen darf in die USA. Das Gleiche auch, was jetzt an Waren angeht, wer reinkommt in die USA. Wirtschaft, Handel, ja, dass der Trump will höhere Zölle erheben. Da kommen wir dann hinterher noch drauf, was es für uns bedeutet. Und der möchte letztendlich, will der wieder so ein Made in USA, will der machen. Ja, nicht Made in China und so, da will der natürlich total weg von. Das heißt, wir konzentrieren uns wieder auf unseren Markt. Wir möchten, dass unsere großen Firmen hier weniger Steuern zahlen, dass die wieder zu uns kommen, dass die hier in Amerika, dass die da ihre Produkte bauen und dass wir wieder Führer werden. Sehr gut. Ja, dann auch die Warnung sehr oft in Richtung innenpolitische Agenda, dass Trump wohl viele Mitarbeiter der Regierung dann ersetzen will oder wird durch Leute, die halt ihm loyal sind, einige Gesetze, wie zum Beispiel die Krankenversicherung betreffen, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch wieder abschaffen. Dann natürlich das Thema Abtreibung. Kamala Harris geht sehr stark auch in diese Richtung. Ich setze mich für das Recht auf Abtreibung im ganzen Land ein. Trump, merkt man ja, ist da vielleicht selber, es ist jetzt nicht unbedingt ein Herzensanliegen von ihm, aber er weiß, viele Wähler aus der republikanischen Wählergruppe, denen ist das Thema wichtig. Deswegen Abtreibung sollen schwieriger werden, das so zur Innenpolitik. Ja, den ersten Punkt, den du genannt hast, das ist ein ziemlicher Hammer. Obwohl ich nicht weiß, ob der wirklich überprüft ist. Und ob das auch so einfach klappt, ne? Ja, und das ist ja so die Gedanken, das ist, glaube ich, so ein sehr, also wenn ich es richtig verstanden habe, so ein sehr konservativer Think Tank, der so ein Paper rausgebracht hat, ob der Trump jetzt wirklich dahinter steht. Also kurz umrundet, was dieses Paper sagt. Das ist ein Think Tank, der sagt, hey, wir haben, wir sind unterwandert worden von sehr links gerichteten Personen, marxistisch und so weiter. Wir müssen das Ganze umdrehen und wir müssen, glaube ich, ich glaube, es waren 50.000 Stellen oder so, im ganzen Staatsapparat müssen wir umändern. Und ich glaube, also sorry, das ist jetzt nicht alles überprüft, die Zahlen, aber ich glaube, so ungefähr, ich glaube, 4.000 Leute oder so werden geändert bei so einem Regierungswechsel. Also da kommen dann die ganzen neuen rein und so weiter, dann ändern sich ungefähr so 4.000 Stellen werden dann neu besetzt. Und der will das irgendwie, glaube ich, um 50.000 machen. Also man sieht, das ist eine sehr, sehr tiefe und ja, wirklich komplett reformierende Agenda, die da sein könnte. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Trump schon vorhat, das Land grundsätzlich in eine andere Richtung zu führen. Das ist auf jeden Fall so. Und das geht auch für die Außenpolitik, was für uns natürlich sehr wichtig ist. Die Mitgliedschaft in der NATO will der überprüfen. Das ist super wichtig für uns. Das ist sehr wichtig jetzt gerade in dem Ukraine-Krieg. Trump will weniger Geld in andere Länder pumpen. Ja, das hast du ja auch schon eben schon mal angerissen. Ja, das gerade jetzt, was Ukraine angeht und so, ist das sehr, sehr wichtig, was die USA da für eine Rolle spielen will. Ja, Krieg innerhalb von 48 Stunden oder 24 Stunden beenden, glaube ich. Hat er doch angekündigt, wenn er Präsident wäre. Aber natürlich auch Umweltenergie für uns hier, für viele Leute auch ein sehr relevantes Thema, wo der Trump eher sehr stark zurückgeht. Hier wieder Öl und Gas in den USA fördern. Wird da jetzt schon mehr gemacht? Will er ausbauen lassen, wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten? Ich meine, die tun mir auch ein bisschen leid in Paris, wenn da immer ein Amerikaner alle vier Jahre kommt. Ich möchte jetzt wieder dabei sein. Ich möchte wieder ausdenken. Ja, also weniger Geld, erneuerbare Energien. Das ganze Klimapolitische, wir müssen jetzt hier eine Veränderung machen und so, da geht der sehr stark wieder zurück. Ja, und jetzt einfach die Frage, das ist auch mal interessant, sich jetzt mal zu überlegen, wenn wir das jetzt gerade umrissen haben, was der in der ersten Amtszeit gemacht hat, was der jetzt vorhat, sich zu überlegen, was bedeutet das denn jetzt erstmal für uns in Deutschland? Ja, was hat das für Auswirkungen? Fangen wir mal an, eigentlich beim Thema, was uns, was ich sag mal, den normalen Bürger von der Straße am meisten betrifft. Ich meine, das Krieg, die Kriegssache ist auch krass, aber ehrlich gesagt ist die bei uns trotzdem noch viele Nachrichten. Über Deutschland fliegt aktuell keine Bombe. Aber, wenn du zum Beispiel entlassen wirst, weil VW jetzt viele Werke zumacht, das hat schon ziemlich starke Auswirkungen auf dein Leben. Also Thema Wirtschaft, ich glaube auch, es wird viel relevanter werden. Man liest viele schlechte Nachrichten in Deutschland, die Wachstumsprognosen werden immer gesenkt, die machen dann irgendwelche Notfallgipfel, wo sie sich treffen und versprechen, ja, wir machen jetzt irgendwelche Konjunkturpakete. Die merken, es geht abwärts in der Richtung. Und sie wissen ja auch, wenn das beim Otto-Normalverbraucher ankommt, dann kann es auch sehr starken Unruhe machen. Das ist ja gut, weil das Thema Brot und Spiele. Genau. Solange du noch Spiele hast, in Rom war das ja früher Brot und Spiele. Das heißt, wenn du die Spiele hast, bei uns ist es jetzt Entertainment, das sind jetzt die Social Media, das sind die ganzen Netflix-Fernsehshows und dann auch noch die Videospiele und so weiter, die man kann. Wenn du das hast, das betäubt noch und vor allen Dingen Brot, du hast zu essen. Solange das das Volk hat, ist noch alles gut. Ja, und das ist, man hat die Angst, dass bald nicht mehr alles gut ist. Und deswegen hat das natürlich sehr starke Relevanz, wenn Trump mit seinen Zöllen sagt, hier, America first, wenn Produkte aus anderen Ländern, die können reinkommen, aber da muss ordentlich drauf gezahlt werden mit einem Zoll. Und Deutschland ist halt ein Land, gerade mit unserem Maschinenbau und Industrie, wir sind sehr stark Exportland. Also wir haben sehr gute Technik und wir sind darauf angewiesen, dass die auch jemand kauft. Und das ist natürlich, wenn man, also Experten schätzen, dass wenn diese Zölle kommen von Trump, dass deutsche Exporte bis zu 15 Prozent sinken können. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Also das werden wir auf jeden Fall merken. So eine große Volkswirtschaft wie die USA. Auch Wirtschaftswachstum generell. Wenn du Zölle erhöhst, dann wird das indirekt letztlich dein eigenes Wirtschaftswachstum also negativ beeinflussen. Dass man sagt, bis ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, das wären immerhin knapp 200 Milliarden Euro. Das ist schon, was man wirtschaftlich auf jeden Fall spüren würde. Wahnsinn. Also es bedeutet, so eine Präsidentschaftswahl hat gerade mal so ungefähr 200 Milliarden Euro Einfluss, könnte das haben. Genau. Auf Deutschland. Das ist das Wahnsinn. Ja. 200 Milliarden weniger Schulden von Deutschland, wenn Trump nicht gewählt wird, sozusagen. Ja, das ist krass. Und dann hast du natürlich wahrscheinlich auch die Gegenreaktion von der EU dann, die dann eigene Zölle erhebt. Genau. Und das nennt man dann einen Handelskrieg. Aber das Interessante daran ist, dass das eventuell sogar eine gewisse positive Note haben könnte auf die europäischen Länder allgemein, aber auch in Deutschland selbst, in politisch. Nämlich, man kennt das ja, dass wenn man einen äußeren Feind hat, ist jetzt nicht, USA ist jetzt nicht unser Feind, aber es wird rauer. Ja, es wird rauer. Und dass man enger zusammenarbeitet, dass die europäischen Länder enger zusammenarbeiten generell oder dass man innenpolitisch, dass man einfach sich schneller einig werden muss, weil der Druck auf die Politiker einfach enorm hoch ist und auch auf das Land allgemein. Und du hast es eben schon gesagt, VW und so weiter, diese Dinge, das ist schon, da kommt jetzt so, so viel Druck auf einen zu. Und wenn man dann noch eine gemeinsame Herausforderung hat, so will ich es vielleicht mal nennen, ja, man hat eine gemeinsame Herausforderung, das schweißt eigentlich zusammen. Von daher könnte das eigentlich auch gut sein für Europa und auch für Deutschland. Jetzt einfach mal politisch gesehen, politisch gesehen, jetzt ist natürlich die Frage, welche, was bedeutet es für Christen? Ja, da will ich deinen Punkt mal direkt aufgreifen. Der ist super, dass du sagst, okay, mit den USA ist es, könnte das schwierig werden, aber das schweißt uns hier so ein bisschen zusammen. Ist für mich aber so ein Gefühl, wenn du die Menschheit insgesamt betrachtest, die Kleinfamilie wird sozusagen gestärkt, weil sie gemeinsam Feind hat. Das haben wir ja in der Geschichte schon sehr, sehr oft erlebt. Auch Leute haben gespielt mit diesem Prinzip. Also Bismarck damals hat das wohl gemacht, so eine Art Politik, dass er immer irgendjemand zusammengebracht hat durch einen gemeinsamen Feind und hat es so geschickt gemacht, bis er allein übrig geblieben ist. Also es war nicht unbedingt der Zule. Das war nicht unbedingt, dass das insgesamt zu einer großen Verbindung und Einheit geführt hat, sondern wirklich wie in so einer Kleinfamilie. Und da möchte ich gerne irgendwie so einen Link machen zu uns Christen. Also der Fakt ist ja, wenn man die Nachrichten von den USA so liest, ich habe auch mit Amerikanern gesprochen, es ist, diese Polarisierung ist da. Und wenn wir, wenn wir wissen als Christen, da sehen wir ja anders auf die Welt. Wir sehen uns nicht, wenn wir biblisch denken. Ja, dann sehen wir uns nicht in vielen Kleinfamilien, die irgendwie zerstritten sind, gegeneinander kämpfen und sich abgrenzen und sich freuen, wenn der andere gegen uns ist, weil wir dann in unserer kleinen Bude ein bisschen enger zusammenrücken, sondern wir sehen uns ja nach der Bibel als eine geistliche Großfamilie eigentlich. Ein Körper, ein Organismus, sagt die Bibel, diese Gemeinde. Und da habe ich den Eindruck, ja, dieser Trend, den wir da sehen, der hat halt die Riesengefahr, dass wir auch innerhalb der Gemeinde als Körper Christi, dass wir eher in der Großfamilie Trennung erleben können. Und man hört es auch, dass in den USA wohl durch diese Polarisierung auch in Gemeinden wirklich Trennung stattfinden, weil Leute sagen, hey, bist du genug gegen Neomarxismus und so weiter, du musst da gegen predigen, wenn das mache ich nicht, das ist immer mein Thema, ja, dann gehen wir jetzt mit unseren 200 Freunden hier weg. Und so habe ich irgendwie gedacht, da ist mir so ein Bild aufgeploppt, dieser Isolationismus, dieser Protektionismus, was jetzt gerade politisch sehr stark da stattfindet, America first, wir machen wieder unsere Produkte, wir kümmern uns um unser Land, wir fahren nicht mehr in die Ukraine oder nach Taiwan oder sonst wo. Das kann man, politisch kann man das, also in Bezugung jetzt auf die Erde, da reden wir drüber, wenn wir über Politik reden, da kann man das machen. Das kann dem Land bestimmt auch was bringen, glaube ich schon. Aber geistlich gesehen, wenn wir so zum Christlichen kommen, und da denken wir ja himmlisch, da glaube ich, ist dieser Trend eine totale Fehlentwicklung. Weil wenn man guckt in den Beginn der Christenheit, dann war das so, Apostelgeschichte, man könnte eigentlich sagen, das war so eine zentripetale Mission, also wir kennen Zentrifugal, das kennen wir so noch aus dem Unterricht früher, alles strebt zur Mitte, kommt alle zu uns, kommt alle nach Jerusalem, hier ist das Zentrum, da machen wir alles. Das frühe Christentum war die komplette Gegenbewegung. Mein Gott muss es sogar machen durch Verfolgung, dass er dann die Leute im positiven Sinn auseinandergetrieben hat, dass er sagt, geht von Jerusalem über Judäa, Samaria in die ganze Welt, bringt meine Botschaft nach draußen und dann erlebt ihr eine neue globale Einheit in Christus. Das war Realität, das hat man wirklich erlebt. Und ich finde, dieser Gedanke Isolation, wir für uns, Abgrenzung die ganze Zeit gegen die anderen, das ist eigentlich, wenn es dann auch rüberschwappt in unsere himmlische Familie, das ist eigentlich eine Katastrophe. Weißt du, wie du das empfindest? Ja, und wenn du jetzt gerade bei dem Materiellen und Geistlichen bist, dass man auch verwechselt, was ist wirklicher Wohlstand? Also, dass die ersten Christen, die haben den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen, steht das da. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich für die materiellen Güter alles tut. Und das war ja das große Argument von Trump. Ich mache euch reich, letztendlich. Ja, I give you jobs und so weiter. Ich gebe euch wieder was zu essen und natürlich ist es wichtig und wir wollen was zu essen haben, wir wollen ein Dach über dem Kopf haben und wir wollen auch eine sinnvolle Arbeit haben, auf jeden Fall. Aber das ist nicht letztendlich, wonach wir streben, sondern es geht uns letztendlich darum, dass wir wirklich geistlichen Wohlstand haben. Und das hast du sehr, sehr gut skizziert, dass genau das, was eigentlich dadurch zerstört wird, dass wir sehr stark auf unseren materiellen Wohlstand schauen, dass wir Jobs bekommen und gar nicht verstehen, dass wir unseren Hauptjob im Geistlichen gar nicht am Machen sind und genau das Gegenteil am Machen sind. Und wenn wir jetzt auf die, ich will das vielleicht mal noch auf das zweite Thema ausweiten und zwar haben wir jetzt gesehen, wie sich das auf die Familie auswirkt, aber wir können auch mal vielleicht den Blick darauf richten, was das auf, nicht das uns, sondern das ihr, das heißt auf das Gegenüber, wie sich das da auch auswirkt, weil unser Gegenüber oder unser Feind, wenn ich mal sagen will, wird auch beschrieben in der Bibel und zwar ist der auch geistlich. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern eigentlich gegen Ideen, gegen Fürstentümer und so weiter in himmlischen Örtern, gegen alles, was sich erhebt gegen Gott in dem geistlichen Bereich. Und du hast Einwanderungspolitik hast du mal angerissen. Da ist ganz klar, wird da hier gesagt, hier mehrheitlich muslimische Länder und so weiter, da wird eine sehr, sehr starke, da wird ein sehr, sehr starkes Feindbild erzeugt von Leuten, die zu einer bestimmten Menschengruppe gehören. Ja, das ist gar nicht christlich und da können wir, und wenn das dann noch verbunden wird mit Religion, also das ist dann, da ist es ja ganz fürchterlich, ja, also das, aus der christlichen Sicht, für ein Land kann man das ja nachvollziehen, dass man einfach sagt, hey, wir sind ja zum Beispiel ein christliches Land und wir wollen auch ein christliches Land bleiben und wir haben unsere Werte und wie man das dann auch argumentiert, historisch und so weiter. Klar kann man das verstehen, aber wir haben ja unser eigenes Land im Himmel. Wir sind ja unsere eigene Gruppe und wenn wir jetzt anfangen, da mitzumischen, dann haben wir plötzlich einen ganz falschen Gegner vor uns. Sehr gut, sehr gut. Ja, das betrifft ja eigentlich den Punkt, wenn man mal überlegt, welche Gruppen wählen Trump, eine Gruppe ist, sind unbedingt einfach konservative Menschen, die sind gar nicht unbedingt so stark für ihn als Person, aber die sagen einfach, wenn ich diese Richtung wähle, dann wähle ich halt konservative Werte und ich habe den Eindruck inzwischen, dass es für uns sehr gefährlich ist, das ist ja noch ein Thema, natürlich auch in Deutschland, dass man dann sagt, hey, ist doch immer noch ganz gut, konservative Werte und dann ist das irgendwie so eine Mitfahrgelegenheit, so ein Zug, wo ich draufspringen kann irgendwie und wenn man dann sieht, was du gerade skizzierst, ja, Moment, da in dem Waggon sind aber noch einige andere Sachen drin, wie zum Beispiel, wie man über Muslime denkt, dann bist du halt dann auf den völlig falschen Zug aufgesprungen und ich glaube, das ist eine riesen, riesen Gefahr, dass wir auf die falsche Karte hier setzen, wenn wir uns auch vielleicht freuen, oh Mensch, mit Trump kommen dann nochmal, ist man noch mehr gegen Abtreibung sozusagen, was ja gut ist aus unserer christlichen Sicht grundsätzlich, also gegen Abtreibung zu sein, aber unterm Strich, ich empfinde solche Leute inzwischen wie so einen falschen Messias, wie du eben sagtest, die versprechen uns was, die bedienen unsere Bedürfnisse, wenn wir uns zu stark vor allem auf die Erde fokussieren, dann haben wir diese Bedürfnisse und spüren wir die vielleicht auch sehr stark und dann kommen wir am Ende wo ganz anders raus, als was eigentlich unsere christliche Identität ist. Ja und man muss sich vielleicht auch die Frage stellen, wenn du jetzt das gerade gesagt hast, dieser falsche Messias und diese falsche Rettervorstellung, was wird denn eigentlich gleich bleiben, wenn so eine rechte Partei gewählt wird? Es gibt nämlich ganz viele Themen, die werden überhaupt nicht verändert werden. Also gerade, und das gerade auf dem moralischen Gebiet, also eine Sache, die zum Beispiel sich ändern wird, ist zum Beispiel die ganze Frage der moralischen oder unmoralischen Sexualität. Da wird sich bei Trump überhaupt nichts verändern. Absolut. Ja, der ist ja ganz vorne mit dabei. Ja, da wird sich in der Hinsicht gar nichts ändern. Und das sind eigentlich Themen, die zum Beispiel sehr, sehr wichtig sind für Christen. Die, man denkt jetzt zum Beispiel auch so, die Redefreiheiten, so ja, auf der einen Seite könnte man sich denken, ja, das wird besser, muss man sich jetzt fragen, erstens mal, ist die wirklich so stark gefährdet? Momentan in den Kirchen? Und wird es nicht da indirekt eine andere Redefreiheit, wird vielleicht eingegrenzt werden? Nämlich, dass du dann bei bestimmten Themen sagst, ja, ihr könnt auf jeden Fall ganz, ganz frei sprechen, aber dann gibt es doch gewisse Themen, die uns jetzt einfach sehr, sehr stark hier verbinden als Amerikaner oder wenn es in Deutschland ist, als Deutsche. Und da wollen wir wirklich nicht mehr, dass Leute darüber sprechen. Und kann es nicht sein, dass sich das genau einfach umdreht, dass es da bestimmte Themen geben wird, die dann, die man dann als Christ, aber dann wirklich auch nicht mehr irgendwie benennen soll, weil es einfach Uneinigkeit bewirkt. Und da haben wir schon gesehen, auch in der Vergangenheit, dass von rechts da auch eine große Gefahr trotzdem ist. Total, total. Ich finde übrigens, wenn du vorhin sagst, gefährlich für uns, weil wir zu stark, weil dieses materielle Narrativ auch so bedient wird, mit den, hier, ich gebe euch Jobs und so weiter. Da habe ich einen, da denke ich unterm Strich, wahrscheinlich, wenn man das auch so ein bisschen Richtung Zusammenfassung geht, und das Schlimmste ist doch, irgendwo eine Ablenkung oder auf einen falschen, auf eine, ja, auf die falsche Karte irgendwie zu setzen. Ich habe, und da habe ich den Eindruck, dass die Christen, wir kennen nicht mehr so gut unsere große Geschichte, welche Position wir da aus Gottes Sicht eigentlich drin haben, und dann verlieren wir uns so auf falschen Kampffeldern irgendwie. Und du hast auch zum Beispiel mal angesprochen, als wir uns unterhalten haben, man könnte dann auch so negativ zurückschießen, sozusagen gegen das Linke, gegen Genderkram und so weiter, wo wir viele Dinge wirklich nicht gut finden, weil sie auch Grundlagen unserer Zivilisation letztlich angreifen, die wir glauben, die von Gott auch so gegeben sind. Aber dann kommt man mit so einer, mit so einer Rache-Ethik letztlich da um die Ecke, ne? Wäre auch wieder ganz was anderes, als was, was ist mein, was ist das christliche Leben? Wozu hat Gott mich in diese Welt gestellt? Und da habe ich heute Morgen meine Andacht zum Beispiel, das passt irgendwie, ich hatte Apostelstuhl 20 gelesen, wie der Paulus so eine Abschiedsrede hält an die Gemeindeleiter dort. Und das ist ja irgendwie so ein Programm, wo man spürt, Mensch, Paulus sagt, ihr werdet mich bald nicht mehr sehen. Ich habe hier aufgebaut, ich habe angefangen und ja, was ist jetzt für euch wirklich wichtig? Und so habe ich gedacht, ja, so wie das damals schon so war, diese Leute, die werden darauf vorbereitet, ihr lebt eigentlich zwischen dem ersten und zweiten Kommen, Christi. Die Grundlage ist so gelegt, dann ist ein Abschied, was sollen wir jetzt genau machen? Wir leben ja jetzt auch genau in diesem Bereich. Und dann sagt er eigentlich, pass auf, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dieser Gott, dieses Wort, das kann euch auferbauen. Also wenn einer jetzt sagt, der Bürger in Amerika oder in Deutschland, ich bin aber unzufrieden mit meinem Leben und jetzt gibt mir einer Jobs oder so. Ja, Gott sagt, nein, dadurch kommt nicht deine Zufriedenheit. Das kommt wirklich durch Gott und sein Wort. Ja, aber mir geht es ja wirtschaftlich nicht so gut und ich hätte doch auch gern ein bisschen mehr. Moment, die große Geschichte sagt Gott, es geht gar nicht drum, dass du dich jetzt da total bereicherst und es hier super gut hast. Paulus sagt da, ich gucke mal mit meinen Händen, ich habe euch gedient. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Du hast eigentlich viel mehr vielleicht Möglichkeiten, noch anderen Leuten dann zu helfen. Sonst muss man positiv sehen, wenn es ein bisschen schlechter geht in unserem Land. Oder auch die Zukunft, ja, sieht düster aus. Hier vielleicht Krieg oder was ist mit meinen Renten oder so. Sind ja alles so Narrative, die durch so Pseudomessiasse bedient werden. Und da sagt er auch, hey, Gott wird euch ein Erbe geben unter allen Geheiligten. Und da habe ich nochmal gedacht, wenn ich das lese, aufgepasst. Paulus sagt uns, es geht überhaupt nicht drum, dass du ein problemfreies Leben hast auf der Erde. Er hat gesagt, ey, mein Leben ist nicht wert hier, teuer für mich selbst zu sein oder so, sondern ich will den Lauf vollenden, ich will den Dienst treu zu Ende führen. Und deswegen habe ich in einem diese Ablenkung, diese falschen Hoffnungen, die wir haben und dann auch so ein Hoffnungserfüller kommt, das ist unterm Strich für uns sehr gefährlich. Und wenn Trump, unsere Frage ist ja ein bisschen, was ist denn, wenn Trump die Wahl gewinnt? Vielleicht denkt man dann kurz, ah, jetzt wird für mich was besser, aber aus Gottes großer Sicht seiner Geschichte wird da gar nichts besser, sondern du steigst in den falschen Waggon ein. So ein bisschen in diese Richtung, ja? Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ja, voll. Vielleicht, wenn man das, wenn man das ein bisschen zusammenfassen kann, ist, es sind sehr viele kleine Männer aufgestanden und haben groß getan und haben viele Menschen enttäuscht. Ich glaube, da kann man zurückschauen, sich sagen, ja, das ist schon so oft passiert. Und deswegen setzen wir unsere Hoffnung nicht in Menschen, sondern in Gott. Jesus Christus ist der Einzige, der wirklich unsere Hoffnung erfüllen kann. Und das bedeutet, dass wir in Anbetung ihm gegenüber leben und unsere Hoffnung und unsere Wünsche, unsere Ziele, unser Schicksal in seine Hand legen und das von keinem anderen Menschen irgendwie abhängig machen. Sehr gut. Wenn wir das machen, dann werden wir enttäuscht werden. Deswegen will ich das nochmal unterstreichen, was du auch gesagt hast, dieses Lass dich nicht abbringen. Verlier nicht den Fokus von dem, was du einfach, wofür du gemacht worden bist, was deine Bestimmung ist, was du täglich ausleben sollst. Und wenn du damit Probleme hast, dann schau dir einfach nochmal die große Geschichte an. Ja, lies weiter die Bibel und schau dir vielleicht diese große Geschichte an. Ich würde hier mal ein ganz kurzes, kleines, ein kleines Werbespot reinhauen. Gestern haben wir den Zwei-Minuten-Leitfaden rausgehauen für die Zwei-Minuten-Bibel. Kann dir helfen, vielleicht mal wieder das große Ganze zu sehen? Das ist immer schwierig. Man liest jetzt die Bibel und man hat da so die einzelnen Sachen, die man so, sieht man David und Goliath und dann sieht man vielleicht den Herrn Jesus, wie der die 5000 speist. Aber was hat das jetzt mit dem, wie ist eigentlich das große Bild? Dafür machen wir gerade die Zwei-Minuten-Bibel, dass man das im Überblick sehen kann, dass du wieder das siehst, worum geht es in einem großen Narrativ eigentlich und das wird dir helfen, auch deinen Platz, denke ich, wieder zu finden und nicht auf die kleinen Trends aufzuspringen, die hier und da mal aufblitzen, sondern den Fokus auf das Große und Ganze zu behalten. Sehr, sehr gut. Und vielleicht denkt jemand jetzt, der noch nicht so tief im Christentum drin ist. Ja, aber Leute, mal ganz ehrlich, Jesus ist halt auch tot und kann uns das wirklich helfen? Und da denke ich, wo du gesagt hast eben, es sind schon so viele Leute aufgestanden, die irgendwas in eine Agenda gebracht haben, versprochen haben, die sind alle untergegangen. Ja, auch ganz große Leute wie Napoleon und so, sein Reich gibt es nicht mehr. Aber das Tolle ist ja wirklich, wenn man mal zurückgeht, ob man wirklich mal einen Zoom-Out macht auf die große Geschichte, der Einzige, der richtig nachhaltig was verändert hat, ist doch letztlich Jesus. Der hat doch ein Reich aufgerichtet, was immer noch besteht, was nicht auf der Erde jetzt politisch so ist, aber was in den Herzen von Menschen einfach lebt. Und diese Menschen siehst du bis heute, die sind verändert, da kippt ein ganzes Land irgendwie in eine schräge Richtung, aber da sind immer noch Menschen, die nach zum Beispiel diesen wunderbaren Werten aus der Bergpredigt und so dieses wirklich Leben und wo Menschen um sie rum sind und sagen, ja, das ist wirklich anders. Von daher glaube ich, kann man zu Recht sagen, der Einzige, der unsere Welt wirklich retten kann, das ist Jesus und der hat es bewiesen und das kannst du durch die Geschichte auch bis heute sehen. Von deiner Riesenermutigung, sich da auch mal drauf einzulassen und zu sagen, Mensch, das will ich doch mal ein bisschen nachlesen, das klingt interessant. Mega, spannend. Okay, wir werden schauen, wie das ausläuft, die Wahl, das wird auf jeden Fall spannend werden. Menschlich, irdisch muss man sich dann darauf einstellen, aber geistlich setzen wir unsere Hoffnung weiter in Jesus und realisieren, dass das für uns im Endeffekt in der großen Geschichte keinen Unterschied macht. Chris, war gut, hat mich, war interessant, hat mich mal so ein bisschen eingestimmt auf diese, auf diese Wahl und noch mal ein bisschen vielleicht noch ein bisschen eingenordet, wie man das zu sehen hat. Vielen Dank, dir, für die Zeit. Ja, dir auch. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao, Chris.